jo leute was geht willkommen zurück endlich mal wieder ein eldenring video es gibt seit dem patch 1.07 wieder ganz neue interessante builds die ich mir rausgesucht habe mit hilfe des chats unter anderem mit scoppel und da haben wir als erstes für heute die rosus axt habe ich in der hand mit dem rosus ruf und die macht folgendes talent ich kannte die nicht finde ich ganz geil zeige ich euch mal wieso die vielleicht auch für was für euch ist macht relativ viel schaden wie immer erst mal den schaden anschauen und dann gucken uns die stats an und wo ihr das findet und so goldener spur und flamme gibt mir kraft kennt ihr ja auch wie immer arznei auch rein machen und dann schön hier das talent spam zack 3600 da kenne ich nix zack 33 und nochmal und nochmal zack ist auch gegen bosse relativ geil kann ich mir vorstellen und ja jetzt zeige ich euch mal ganz kurz was die axt für stats hat also ich habe die axt auf plus 9 da hat ihnen stärke und weisheit scaling von c und geschäftlichkeits scaling von d das heißt ihr könnt auf jeden fall ein bisschen als magier auch schaden machen stärke braucht die 18 und weisheit braucht die 18 also kann man noch relativ früh tragen und benutzen meine stats sind relativ ausgeglichen weisheit auf 40 stärke ist nicht ausgeglichen ist auf 60 und soft cap und geschicklichkeit auf 40 also da würde wahrscheinlich mit dem schaden noch ein bisschen was gehen ausgerüstet das ist wichtig habe ich den talisman des ziegenbocks der verstärkt das gleichgewicht das habe ich gerade auf 133 und ganz wichtig ihr könnt während des talents nicht interrupted werden das ist weil die das talent ja relativ lang dauert schon sehr sehr wichtig und wie immer natürlich scherbe von alexander müsst ihr reinpacken ich habe zusätzlich noch den ritual schwert talisman erhöht nochmal den angriff wenn ihr volle lp habt und die absolut beste rüstung jetzt noch mal mehr seit dem update die ziegenbock rüstung einmal komplett anziehen dann habt ihr ein gleichgewicht von 100 mit dem ziegenbock talisman 133 mega mega nice die rosus axt könnt ihr finden in lyonia in den katakommen der schwarzen klinge also im prinzip wenn ihr am sturm schloss vorbeilauf die ganze zeit am wasser entlang und dann hier die katakomben geht könnt ihr die axt sogar theoretisch ganz ganz am anfang bekommen wäre vielleicht auch mal wieder eine idee für ein run mit der axt in der arznei habe ich ganz wichtig die gesprungene magie schleier träne die erhöht kurz magische angriffe und dann finde ich immer ganz gut die gesprungene steinstachelträne die macht dass der gegner die haltung halt früher verliert das vor allen dingen bei bossen relativ wichtig finde ich und ja das ist die rosus axt finde ich ziemlich nice wir gucken uns jetzt noch mal gerade den schaden an vielleicht auch noch mal bei einem anderen gegner gefällt mir echt gut vor allen dingen ist das talent richtig richtig einzigartig mit den drei skeletten die da gespawnt werden mega nice was man noch dazu sagen kann man kann natürlich den schaden noch ein bisschen erhöhen wenn man terra magica benutzt aber wirklich nur minimal das lohnt sich schon fast gar nicht ja ziemlich ziemlich nice das ist die rosus axt auf jeden fall mal einen blick wert lasst mal gerne kommentaren wissen wie ihr die findet gerne like auf dem video lassen und ein follow da lassen ich hoffe dass demnächst der dlc kommt ausgerechnet ist ja vielleicht januar februar und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder haut rein